So und los geht's. Ska mord! Hallo. Wir wollten fahren. Wir legen doch laut ein Küls-Spicke. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Also da haben wir jetzt nur wieder gekriegt, können wir auch gesetzten schlagen. Dann wäre alles perfekt. Ja. Ja, ich sehe schon einen roten Laser. Ich habe noch keine Ahnung. Leider, juhu, hängen wir ruhig. Ja, war noch nicht. Na komm. Ja, na. Wahnsinn, was gut ist das, eventuell das Level auf der, dass man jetzt von der Windmacht, 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 Wir beschwachen bei der Windmeme. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 22. Das war's für heute! Ach, ich verstehe die anderen Leute! Das war's für heute! Ah, das ist der Steil! Was ist das? Ich habe es nicht mehr gesehen, wo ich es nicht mehr gesehen habe. Ich habe es nicht mehr gesehen, wie ich es nicht mehr gesehen habe. Ich hab' noch einen Alien. Ich hab' noch mal gesehen. Autsch! Wir sind jetzt auch noch leuchtend! Wir haben keine Kontrolle! Heuer! 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 Wir haben keine Abschlüsse! Wer nötige Hilfe! Leuchtend! Autsch! Autsch! Keine Molle! Autsch! 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 Ein bisschen Hilfe! Ein bisschen Hilfe! Schlafen wir weiter! Das ist eine lange süße Handlung! Der Hammer ist in der Wälder! Das ist der Wälder! Entschuldigung! Na ja, ich weiß nicht, der Gegner war bei mir, denn jetzt hätte der nicht fast auf Wurzmann treffen sollen. Naja, der war also noch viel weiter, der war in der Basis. Ich weiß, und der Gegner war bei mir, und bei mir war der Strahl auf keinen Fall. Gräber! Haft uns nicht! Lallos, Rückzug zur Basis! Scheiße, Mercos, hier sind jetzt auch noch Leuchten. Ja, wir werden hier von Leuchten das überrascht. Lasst uns! Okay, aber ihr kommt fester hier rein, wir haben keine Kontrolle! Feuer hat vergangen! Nächster! Wir haben jetzt eine Mischung aus Weckren, Deckung, Weckren, Deckung. Dings sind ganz klassisch! Sie sind ganz klassisch! Wie ist es denn? Wir sind hier der Kammerhäuchten! Wir brauchen den Hammer! Lasst uns auf uns da! Aber ihr kommt fester hier rein, wir haben keine Kontrolle! Feuer hat commitment als abgeschüttet! Ach so! Oh nein! Nein! M Button ist anda, einfach runterrennt! Was haben wir denn hier? Was ist das? Ich weiß nicht. Weiter, Baby! Auge auf! Auto! Wo? Eilen! Eilen! Oh! Wow! Was lebt noch? Los geht's, Baby! Hey, schnell ran! Schlimmer 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 ran! Haben wir die Schlampe gegrillt? Sieht so aus. Okay, alle nach drinnen. Wir haben noch etwas zu... Was zum Henker? Los, alle zur Rückseite der Basis! Lauf! Lauf! Was ist das für ein Ding in Ihrer Post? Was ist das für ein Ding in Ihrer Post? Was ist das für ein Ding in Ihrer Post? Was ist das für ein Ding? Sieht so aus! Die Waffe ist nicht so, was er ist, was er ist. Was ist das? Ich würde immer sagen, dass du ein Knöckerl machst. Du hast das Waffe. Du hast es nicht gesehen, du hast es nicht gesehen. Du hast es nicht gesehen. Ja, ich denke, du hast es nicht gesehen. Ich glaube, du hast es nicht gesehen. Ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Dann hol hier noch eine Lange. Das ist schon wieder. Das ist aber auch stimmend hier. Einer zu Hilfe, bitte. Was macht ihr mit Feuer? Was ist denn so? Einmal nicht zufrieden, sondern zufrieden, sondern zufrieden, sondern zufrieden, sondern zufrieden, sondern zufrieden, sondern zufrieden. Leuchtende Wasser rein, ich bin ganz schön. Versehen, willkommen. Okay, wir haben auch die Aufklärung. Die scheinen ja auch von uns. Was ist hier? Was ist hier? Das ist so, was ich habe. Oh, du bist. Ich habe mich nichtyearsbez, die ich nicht sagen. Keine Ahnung... Ich habe nicht mehr davon gears gewonnen. Sie versprüht die Mission! Oh! Mission! Aber in der Grunde sprang ein Teil auf meinen Kopf. Ich weiß, wenn er springt, ist das irgendwie ganz wie Würfel. Weil wenn er rennt, kann es ja was zu sagen. Und dann dieser Sprung! Wusch! Bravo! Wusch! Schießt erst wenn sie nah dran! Wusch! Ja, du kannst mit ihr kuscheln. Ich verzeh die Welt. Komm schon. Immer die Waffe runter. Mann, was für eine zähe Schlampe. Hä? 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 Na, blablabla. Na, blablabla! Und dann, blablabla! Na, blablabla! Du bist. Aufstehen! Ich werde so helfen, bitte. Oh, 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 oh. Der Behebel! Der Behebel! Aufstehen! Boah, alle Waffen bereit! Feuer! Anstrengung! Anstrengung! Rpping. Anstrengung, die nicht mehr. Konn Tod! Christian, wusste ich immer den Hosenbruch! iserreg Dziel dazu Value. Anstrengung! oh ja Nein, das stimmt nicht, ich habe mich nicht verrollen. Ich habe mich nicht verrollen, ich habe mich nicht verrollen. Cool. Das tue ich euch nicht an. Ja, ja. Es ist ein bisschen zufrieden. Komm, wir werden zu dir ja nicht. Komm, komm. Das war's nicht. Geh, wir nehmen uns. Geh, wir nehmen uns. Komm. Ja, du. Du hast ja eine Intensive. Du hast ja eine Intensive. Wir haben ja eine Intensive. Warte! Warte! Nein! 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 Oh Mann! Ich hab jetzt gekügt nicht der Matsch! Man hat die Panzer. Eine Satzfrage! Nein! Das ist doch jetzt ein Scherz! Okay, K. Dass wir den jetzt nochmal von Anfang machen dürfen. Achtung, K.